Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der dreiteiligen Lehrfilmreihe zu Magnesium und Magnesiumlegierungen. Im ersten Lehrfilm haben wir Reinmagnesium mit seinen Eigenschaften und Anwendungen vorgestellt. Der zweite Teil behandelte die Einteilung, die Eigenschaften, die Einsatzgebiete und die Nomenklatur von Magnesiumlegierungen. Zur Erinnerung, das Legieren, also das Zumischen weiterer Elemente zum reinen Magnesium dient zur Verbesserung der mechanischen und physikalischen Eigenschaften. Magnesiumlegierungen werden in Guss- und Knetlegierungen unterteilt. Gegenüber anderen Leichtmetallen besitzen Magnesiumlegierungen eine geringe Dichte, dadurch eine hohe spezifische Steifigkeit und Festigkeit. Sie sind leicht zu bearbeiten, dürfen jedoch nur bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Magnesiumlegierungen sind sehr kostenintensiv und korrosionsanfällig. In Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Medizintechnik sowie in der Militärtechnik finden die Legierungen immer häufiger Anwendung. Die Benennung von Magnesiumlegierungen erfolgt über die ASTM-Norm. Hierzu könnt ihr euch gerne das zweite Video noch einmal anschauen. In diesem letzten Teil der Lehrfilmreihe werden die Magnesiumlegierungen vorgestellt und die bekanntesten vertieft. Zu den wichtigsten Legierungselementen des Magnesiums zählen Aluminium, Zink, Mangan und Silizium. Weitere mögliche Legierungselemente sind beispielsweise Beryllium, Silber, Zinn oder seltene Erden. Aluminium ist das häufigste Legierungselement einer Magnesiumlegierung. Durch die Bildung von Magnesium-Aluminium-Mischkristallen stärkert Aluminium sowohl die Festigkeit als auch die Härte. Hierzu könnt ihr euch das Video zur Mischkristallhärtung anschauen. Des Weiteren ermöglicht der Zusatz von Aluminium auch eine Verbesserung der Gießbarkeit. Neben den positiven Einflüssen des Aluminiums kann es allerdings auch zu Mikroporosität und zu einer Verringerung der Duktilität führen. Zusätzlich zum Aluminium werden dann Zink, Mangan oder Silizium dazu legiert. Magnesium-Aluminium-Zinklegierungen, kurz AZ-Legierungen, sind für ihre hohe Festigkeit bekannt. Dabei sind Aluminium mit maximal 10% und Zink mit maximal 4% im Magnesiumgrundwerkstoff enthalten. Durch die Zugabe von Zink wird neben der Festigkeit auch die Gießbarkeit verbessert. Nachteilig ist jedoch, dass bei zu hohem Zinkgehalten von etwa 1,5 bis 2% häufig Heißrisse entstehen können. Heißrisse entstehen bei Temperaturen, die zwischen der Solidus- und der Liquidus-Temperatur liegen und treten vor allem bei Schweißprozessen auf. Zudem verschlechtert sich die Festigkeit von AZ-Legierungen bei steigender Temperatur, wodurch die Einsatzgrenze auf 110 Grad Celsius limitiert ist. Zum Einsatz kommen AZ-Legierungen in Form von Gusslegierungen für Gehäuse in der Automobilindustrie, aber auch als Komponenten für elektronische Geräte. Die am häufigsten eingesetzte Magnesiumlegierung ist AZ-91. Die Mikrostruktur von AZ-91 weist zwei Phasen auf, den mit Alpha gekennzeichneten hexagonalen Alpha-Mischkristall und die mit Gamma beschriftete kubisch-raumzentrierte intermetallische Gamma-Phase MG17-AL12. Das Eutectikum besteht aus Magnesium-Alpha-Mischkristall und der intermetallischen Gamma-Phase MG17-AL12. Wenn wir hierfür das Phasendiagramm betrachten, kann bei ca. 436 Grad Celsius die Soliduslinie bzw. die Eutectikale erkannt werden. Bei dieser Temperatur ist die maximale Löslichkeit des Aluminiums im Magnesium-Alpha-Mischkristall mit 12,7 Gewichtsprozenten erreicht. Mit sinkender Temperatur nimmt die Löslichkeit von Aluminium im Magnesium-Alpha-Mischkristall ab. Das heißt, die intermetallische Phase MG17-AL12 wird bei einem Aluminiumgehalt von 3 bis 8 Prozent und einer langsamen Abkühlgeschwindigkeit mit sinkender Temperatur aus dem Magnesium-Mischkristall ausgeschieden. Die Phasenverteilung innerhalb des eutectischen Gefüges ist hierbei sehr inhomogen. Teilweise bilden sich sogar isolierte MG17-AL12-Inseln entlang der Korngrenzen. Magnesium-Aluminium-Mangan-Legierungen, kurz AM-Legierungen, sind vor allem für ihre verbesserte Duktilität, die erhöhte Bruchfestigkeit und vor allem die verbesserten Korrosionseigenschaften gegenüber reinem Magnesium bekannt. Ein Unterschied zu den AZ-Legierungen stellt der abgesenkte Aluminiumgehalt dar. Dieser liegt bei etwa 5 bis 6 Gewichtsprozent. Das in der Legierung enthaltene Morgan beträgt immer weniger als 1 Gewichtsprozent. Gängige Legierungen sind AM50 und AM60-Legierungen, die unter anderem bei Sicherheitskomponenten, Sitzrahmen oder Lenkrädern zum Einsatz kommen. Weil das Hauptligierungselement wie bei AZ-Legierungen Aluminium ist und das Gefüge somit ebenfalls aus Magnesium-Alpha-Mischkristallen und dem Eutecticum aus Magnesium-Alpha-Mischkristall und der intermetallischen Gamma-Phase MG17-AL12 besteht, ist die Mikrostruktur von beispielsweise AM50 sehr ähnlich zur AZ-91-Legierung. Magnesium-Aluminium-Silizium-Legierungen oder AS-Legierungen sind für die erhöhte Kriechbeständigkeit bekannt. Kriechen beschreibt die plastische Verformung unter ruhender Last bei erhöhter Temperatur. Die Zugabe von Silizium erhöht den Temperatureinsatzbereich. So können diese Legierungen gegenüber den AZ-Legierungen und AM-Legierungen bis zu einer Temperatur von 150 Grad Celsius eingesetzt werden. Durch das Legieren mit Silizium wird jedoch die Duktilität stark reduziert, weshalb die Fertigung von AS-Legierungen mittels Druckgießen erfolgen muss. Die am häufigsten vorkommenden Legierungen sind AS-21 und AS-41, die ca. 2-4% Aluminium und 1% Silizium enthalten. Durch den erhöhten Temperatureinsatzbereich werden diese Legierungen vor allem im Motorenbau eingesetzt. Die Mikrostruktur der Aluminium-Silizium-Legierungen unterscheidet sich stark von AZ-91. Sie ist gekennzeichnet durch die Ausscheidung der intermetallischen MG2SI-Phase. MG2SI ist sehr hart, hat eine geringe Dichte und besitzt einen hohen Schmelzpunkt von 1085 Grad Celsius. Je nach Siliziumgehalt, Abkühlgeschwindigkeit und zusätzlichen Legierungselementen ist die MG2SI-Phase fein entlang der Korngrenzen verteilt oder grobblockig ausgeschieden. Da das Silizium jedoch kein Aluminium binden kann, entsteht auch hier die intermetallische Gamma-Phase MG17-AL12. Die MG2SI-Phasen betten sich während des Druckgussverfahrens aufgrund der schnellen Abkühlgeschwindigkeiten in das Eutectikum aus Alpha-Mischkristall und MG17-AL12 ein. Hierbei hängen die mechanischen Eigenschaften stark von der Morphologie, also der äußeren Erscheinungsform des MG2SI ab. Fassen wir noch einmal zusammen. Fast alle Magnesiumlegierungen enthalten Aluminium zur Festigkeitssteigerung durch die Bildung von Magnesium-Aluminium-Mischkristallen. Neben dieser Mischkristallhärtung beruht eine weitere Festigkeitssteigerung der Ausscheidung von harten intermetallischen Phasen wie MG17-AL12 oder MG2SI. Zum Magnesium-Aluminium-Matrix werden dann Zink für noch höhere Festigkeiten, Mangan für erhöhte Duktilität und verbesserte Korrosionseigenschaften oder Silizium für die erhöhte Kriechbeständigkeit legiert. Silizium unterdrückt die MG17-AL12-Bildung und bildet MG2SI, weshalb beispielsweise AS41 schlechtere mechanische Eigenschaften als AZ91 oder AM50 hat. Die Mikrostruktur von AZ- und AM-Legierungen weist zwei Phasen auf. Die hexagonalen Alpha-Mischkristalle und die kurbig-raumzentrierte intermetallische Gamma-Phase MG17-AL12. Das Eutectikum besteht aus Magnesium-Alpha-Mischkristallen und der Gamma-Phase MG17-AL12. Die Phasenverteilung innerhalb des eutectischen Gefüges ist hierbei sehr inhomogen. Teilweise bilden sich sogar isolierte MG17-AL12-Inseln entlang der Korngrenzen. Dagegen ist die Mikrostruktur der AS-Legierungen gekennzeichnet durch die Ausscheidung der intermetallischen Phase MG2SI, von deren Morphologie die mechanischen Eigenschaften maßgeblich abhängen. Da das Silizium kein Aluminium binden kann, entsteht auch hier MG17-AL12. Bei Herstellung in Druckguss betten sich die MG2SI-Phasen in das Eutectikum ein.